es ist mir einen wunderschönen guten morgen alle die zum ersten mal da sind herzlich willkommen zurück an alle die schon wieder da sind gerne mal direkt ein like da lassen und einen kommentar für den coin den ich morgen vielleicht für dich analysieren soll heute sind es mal wieder vier was waren gestern sogar ein paar mehr aber ihr wisst ich kann auch nicht unendlich viele coins analysieren sonst geht das ganze video ungefähr drei stunden trotzdem gerne mal einen kommentar erlassen mit einem coin den du gerne morgen analysiert haben möchtest dann versuche ich das zu realisieren was ist denn bei light coin los mache der kunden mit dem wir jeden morgen anfangen im endeffekt haben wir auch hier ein glück gehabt das ist noch die zeichnung von gestern abend aus dem abend update da habe ich euch gesagt hier wir befinden uns hier immer auf einem niveau wo wir sehr viele kerzen geschlossen haben dort sind wir auch aktuell ich würde keinen long trade eingeben bevor wir das nicht nach oben hin überwinden kann sonst kann uns auch das hier passieren leider ist das genau so gekommen sehr sehr schade aber können wir nicht machen jetzt gerade heißt es auch bei leidkons selbstverständlich füße stillhalten gar nichts machen wer hier in dem long trade drin gewesen ist der hätte diesen ja schon ein bisschen länger verlassen müssen und zwar hier beim unterschreiten dieser goldenen linie jetzt sind wir noch deutlich tiefer sage ich einfach mal und von daher jetzt gerade nicht die möglichkeit gegeben in light coin herein zu springen definitiv nicht auch hier wie bei bitcoin lieber ethereum würde ich aktuell noch keine scharfe linie richtung süden ziehen weil dieses berühmte haar lässt noch auf sich warten diese ist mir deutlich zu steil dann guckt euch mal an dass es fast gerade runter das ist nicht meine art hier jetzt eine linie zu ziehen und zu sagen alles klar wenn wir die nach oben hin brechen dann geht es wieder richtung norden ein eine konservative entry line ist diese goldene die hier verläuft wenn wir die immer nach oben hin überspringen dann sollte das ganze gegessen sein aber bis dahin ist es noch ein super weiter weg mit sicherheit werden wir von dem aktuellen niveau und bei uns kriegen ob es hier ist oder hier ist weiß ich nicht und dann noch mal auf das aktuelle niveau oder tiefer gehen von daher wird sich später noch eine zweite möglichkeit bilden hier einen trade einzugehen wenn wir jetzt sowas machen dann kriegen wir hier zum beispiel die möglichkeit noch eine linie zu ziehen und dann kann man auch ein bisschen tiefer als bei dieser linie hier einsteigen jetzt gerade sehen wir das noch nicht jetzt gerade wird es wahrscheinlich noch erst mal ein stückchen weiter herunter gehen also bei light coin gut dass wir da gestern nichts mehr gemacht haben und schon eher aus diesem trade herausgegangen sind das ist vollkommen okay sage ich einfach mal bei xrp sah das ganze jahre genauso aus da haben wir gesagt so lange wir so wenn wir hier nicht über diese goldene linie herüber kommen dann würde ich auch hier nicht die möglichkeit nutzen in long trade zu eröffnen wir hatten auch hier auf ein stund basis nicht die möglichkeit in diesen trade hinein zu gehen das ist ein ausbruch ein retest und ein fail und von daher war nicht die möglichkeit gegeben in diesen trade hinein zu gehen die war er hier bei der zeichnung die ich gerade weg gemacht hatte die ich jetzt gerade weg mache hier war die möglichkeit gegeben und natürlich hier sehr weit unten jetzt gerade auch wie bei bitcoin und wie bei den ganzen anderen kunden die ich euch gerade schon gemacht habe nicht die möglichkeit gegeben jetzt schon wieder hier rein zu springen natürlich ist die linie bei bei xrp nicht so steil wie bei cardano wie bei ethereum das sieht nach einem einigermaßen vernünftigen winkel aus jedoch trotzdem würde ich hier nicht darauf wetten dass wenn wir hierhin kommen auch diese wenn wir diese linie nach oben hinbrechen das ist dann straight wieder nach oben geht sondern vielleicht noch mal auf dasselbe niveau herunter geht wie hier meine konservative entry line wäre diese hier oben die verläuft aktuell bei 95 cent und darauf würde ich auch im moment erstmal definitiv warten es kann durchaus sein dass wenn wir hier ein haar machen oder darüber hinaus gehen und noch mal ein bisschen tiefer ziehen dass wir hier noch eine linie ziehen können und hier vielleicht noch mal einen einstieg kriegen jetzt gerade würde ich das bei xrp definitiv noch nicht wagen es ist sehr sehr schade wir haben auch hier unseren support nach unten hindurch schreiten da hätte man hier schon sehen müssen alles klar die kerze hat darunter geschossen 91,5 cent ich bin erst mal bumm weg raus aus diesem trade dann sind wir hochgekommen haben das ganze als widerstand angetestet dann ging es weiter runter das heißt hier im endeffekt bei 90,4 cent war sogar eine short möglichkeit bei xrp füße stillhalten ist angesagt cardano vier prozent im minus auch hier wurde unser sell signal getriggert sage ich einfach mal das war beim unterschreiten der goldenen linie hier und gleichzeitig der grünen bei 1 47 1 1 47 ungefähr wir sind durchgefahren durch diesen eigentlich sehr schönen aufwärtstrend und jetzt direkt aufgeschlagen hier an der 1 43 das ist ein wochenunterstützung sage ich einfach mal ihr seht wenn ich das ganze umschalte auf wochenbasis diese gelbe linie auf die wir uns jetzt gerade befinden da sind hier sehr viele wicks rein hier ein kerzenkörper und hier noch mal einiges noch ein kerzenkörper und hier das ist eine unterstützung die uns hoffentlich hält bei 1 45 wenn das nicht der fall ist selbst wenn wir jetzt hier noch mal hoch und das ganze als widerstand antesten dann also diese kerne diese einstunden kerze schließt jetzt zwei minuten wenn wir von hier aus noch mal nach hier oben kommen ist das für mich auch kein kauf denn mit der anschließenden kerze können wir auch direkt wieder unter das niveau dieser geschlossenen kerze herunter kommen und dann ist das ding short definitiv würde ich bei cardano jetzt auch mein geld noch nicht hereinwerfen hier lässt sich eine linie zeichnen mit einem einigermaßen wirklich vernünftigen winkel ganz im gegensatz aktuell zu bitcoin und so einfach mal der erst gar nicht so schlecht wenn wir wirklich hier drüber hinaus kommt ja dann würde ich das probieren weil der winkel ist einigermaßen vernünftig und wir erobern zwei wichtige linien zurück aber vorher definitiv nicht erst mal füße still halten sich das ganze von der seitenlinie angucken wie chain 45 prozent im minus zum glück haben wir auch hier gestern abend gesagt hey bevor wir nicht die rote linie auch nach oben hin überschreiten würden wir keinen erneuten long trade eingehen der war hier unmöglich da hätte man sich beschützen können und müssen sage ich einfach mal stop loss of break even oder hier unter diese goldene linie und dann wäre man jetzt ebenfalls aus diesem trade heraus und müsste jetzt auch wie bei allen anderen coins darauf warten dass wir einen erneuten long trade in richtung nur kriegen hier würde ich jetzt eigentlich noch gar keine linie einzeichnen das ist nicht zu scharf runter da ist ein vernünftiger winkel nicht möglich das wäre nämlich so wenn wir das nach oben hin nehmen dann wird das eher ein fail als alles andere möglich wäre vielleicht sowas hier mit dem auflagepunkt 1 2 und 3 das ist ein vernünftiger winkel da kann man das vielleicht mal probieren vorher jetzt gerade definitiv zogen weg von wie chain spätestens als wir diese goldene linie hier diesen schönen aufwärtstrend nach unten hin gebrochen haben er hätte auch hier heraus sein müssen bei der marke von 9,56 cent ungefähr schade um diesen schönen aufwärtstrend aktuell jetzt müssen wir auf den nächsten einstieg warten solana vier prozent im minus hier war sieht das ganze ganz ganz anders aus hier wurden wir nämlich richtig schön gefuckt das sage ich einfach mal so denn gestern abend habe ich gesagt diesen trade hätte ich durchaus einnehmen können habe ich nicht weil ich in einer coins investieren war und zwar war das hier ein ausbruch das war ein retest und das war ein follow entweder wenn man hier in diesen kunden hinein gegangen oder hier ausbruch retest und dann hier mit diesem follow in diesem trade so und dann ist nämlich etwas passiert was sehr sehr schade war das war ein fakey fakey auf größeren timeframes jetzt mal gesehen alles klar das war ein ausbruch das war ein retest und das war ein fail das war ein größer größere time frame sehr sehr schade natürlich aber alle versuchen immer auf kurzen timeframes viel geld zu machen und in dem fall hat das ganze natürlich nicht funktioniert spätestens hier bei dieser roten kerze oder bei diesem wick hätte man den trade verlassen müssen ein unterschreiten der marke von 1 94 das war sehr sehr schade dass wir hier drunter gefallen sind dann ging es runter auf grün jetzt haben wir auch die nächste unterstützung nach unten durchbrochen aller spätestens hier hätte man jetzt sagen müssen ja ich gebe meinem trade ein bisschen raum das ist auch ok na dann das war ein traumhafter aufwärtstrend sage ich einfach mal aber spätestens hier hätte man sagen müssen okay ich bin aus der nummer raus man guckt mir das ganze von der seitenlinie an wie bei vielen anderen coins ist das hier eine linie die absolut keinen sinn ergibt selbst wenn ich die nach oben hin und überschreitet würde ich dann noch keinen long trade eingehen das macht keinen sinn es kann durchaus sein dass wir von hier einen bounce kriegen was weiß ich vorhin von mir aus hier hin und dann kann ich eine vernünftige linie ziehen die sinn macht jetzt gerade keine möglichkeit bei solana hier irgendwie was zu kaufen schieber ganz genau das gleiche auch hier haben wir gestern gesagt okay der long trade wäre möglich gewesen und zwar hier hinten dann sind wir noch mal runter gekommen und dann schön hochgezogen von mir aus kann man hier den stop loss auf break even sitzen habe ich gesagt tja das wäre wahrscheinlich gar nicht so die schlechteste variante gewesen denn danach ging es einfach nur noch straight bergab sage ich einfach mal auch der trade den ich angesagt hatte hier hinten oder hier wo das ganze möglich gewesen wäre na da habe ich gesagt okay wenn wir hier durch diesen knoten punkt fallen wäre ich erstmal aus dem trade drin ihr seht hier hier haben wir das niveau erreicht boom da wäre der stop loss auch getriggert worden alles weiterhin sehr sehr schade ihr seht unsere x-linie die hält uns jetzt noch gerade das ist aber jetzt wirklich keine großartige unterstützung sage ich einfach mal schließen wir herunter unter der 3 0,00 3607 sage ich einfach mal alles klar dann geht es weiter abwärts nächsten next stop ist dann diese grüne linie bei 0,003468 auf dem weg nach unten auch bei schieber macht das jetzt aktuell 0 sind sich hier schon eine linie einzuzeichnen denn ihr seht auf 1 stunden basis wo soll ich diese an linie anlegen das macht es ist absoluter quark na da könnte man höchstens spekulieren dass das hier eine möglichkeit wäre zu einem späteren zeitpunkt das ist auch ein einigermaßen vernünftiger winkel aber wenn wir hier oben hin können würde ich nicht damit rechnen dass wir das ding brechen sondern dass wir nach einem bounce abprallen dieses haar machen auf das gleiche niveau runter kommt oder eher ein bisschen weiter nach unten ziehen kommen wir zu den vier coins die euch wie euch gewünscht habt wir fangen an mit flow ja ich bin jetzt gerade auch einem flow das ist nämlich richtig gut was wir jetzt gerade hier fabrizieren sage ich einfach mal hier wäre ein long trade möglich gewesen beim bruch dieser linie ist ein sehr schöner retest und dann ging es weiter hoch jetzt deutlich aufpassen auf das niveau wo wir jetzt hier gerade sind denn wir sind durch eine tageslinie gefallen dieses hier haben wir mehrere kerzen körper an diese tageslinie gehabt ihr seht hier wenn ich versuche das perfekt anzulegen 1 2 auflage und 3 4 5 6 und da haben wir hier wirklich die ganze zeit rumgestruggelt drüber drunter drüber drunter jetzt sind wir deutlich dort runter gefallen auch der aufwärtstrend den wir von hier oben hatten egal wie wir ihn anlegen würden wäre gebrochen ob das diese linie wäre oder ob es diese linie hier gewesen wäre keine möglichkeit noch in diesem trade drin zu bleiben spätestens hier beim unterschreiten der 9 25 hätte man aus diesem trade heraus sein müssen das positive ist dass wir jetzt hier an einer leichten horizontalen support marke sind und dass diese uns jetzt noch gerade hält wer weiß aber wie lange noch und von daher seht ihr hier hinten sind auch noch kerzen körper drin sage ich einfach mal von daher würde ich auf diese marke aufpassen das ist die 9 dollar marke wenn wir da mal drunter kommen oder ihr seht auf acht stunden basis sieht man hier diese kerzen körper ein bisschen besser wenn wir diese marke hier unterschreiten das haben wir hier auch bei diesen kerzen körper dann ging es immer deutlich abwärts aufpassen bei der marke von 8,86 ist es genau wenn wir da drunter fallen ja dann werden wir definitiv hier nochmal zurückkommen auf die 8,5 und wenn das nicht hält die 8 dollar marke ein long trade jetzt gerade macht 0,0 sinn da ist auch gar keine linie die ich hier ziehen kann das ist alles viel viel zu steil ihr seht das hier wieder wenn wir hier hinkommen werden wir höchstens abprallen oder darüber hinaus trenden und dann nochmal runter kommen das macht jetzt zu gegebenen zeitpunkt keinen sinn das werden wir später einzeichnen können war ja was ist denn mit ng coin auch ein super aufwärtstrend weiß nicht wann wir den eingezeichnet haben mit mehreren auflagepunkten und dann klatsch hier wäre der bohr bei 3,16 raus aus dieser nummer sich das ganze von der seitlinie angucken sehr sehr schade wenn das waren tolle games hier ist die long linie da hätte man einsteigen können und dann wäre das bis zum exit immerhin 33 prozent gewesen die man hätte mitnehmen können jetzt gerade ist das hier leider vorbei das hier könnte irgendwann eine long linie werden definitiv wahrscheinlich wird es aber noch eine andere möglichkeit geben die dann vielleicht hier irgendwie so verläuft dass man ein bisschen eher in diesen trade reingehen kann jetzt gerade bei ng würde ich auch die füße stillhalten aufpassen sollten wir auf das niveau wo wir schon gerade aufgeschlagen sind dass wir das nicht nach unten hin brechen ihr seht hier viele tages kerzen körper hinein in die marke von 2 80 wenn wir das ganze nach unten hin brechen dann ist der nächste vernünftige support erst wieder bei 2 dollar 55 jetzt gerade auch hier füße stillhalten bei angie coin hnt wurde sich ebenfalls gewünscht hier sieht sehr sehr ähnlich aus wie gerade bei angie coin gesprochen wir haben sehr viele kerzen körper von tages widerstand und support in diese linie bei 37 50 angetestet support 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 durchgefallen hier ist dann endlich geschafft support und jetzt sind wir aktuell runter ist eine tageslinie sollte allerdings auf tagesbasis unterschritten werden ist jetzt doch erstmal kein so positives zeichen wenn wir darunter bleiben haben wir noch eine andere support marke die uns halten könnte jo sehr schön haben wir hier na ihr seht unterschreiten wir die marke von 36 20 ungefähr schließen wir mal eine vier stunden kerze unter diesem unter die 36 20 fähig definitiv welche aus dieser nummer raus ich glaube ich werde sogar aus diesen trader aus wenn wir eine stunden kerze darunter schließen würden denn das nächste vernünftige support level ist bei 7 34 17 und danach kommt die marke von 30 ungefähr das wäre schon ein gutes stück entfernt von daher gehe ich erstmal definitiv raus aus dem trade hier sich jetzt schon was einzuzeichen macht meine meinung nach auch nicht so viel sinn ein bisschen mehr sinn als bei anderen coins aber ja das ist auch noch ein gutes stück entfernt wenn wir dahin kommen wäre das gar nicht so schlecht denn wir müssen rot zurück erobern also wir würden auf tagesbasis darüber bleiben dann kann man das hier vielleicht mal probieren mit einem stop plus der sehr sehr eng ist hier irgendwo bei 35 dollar das ist alles zukunftsmusik jetzt gerade von von das war es für die all coins für das morgen update gerne like da lassen und kommentar mit dem coin den ich morgen für euch rein nehmen soll ansonsten wünsche ich euch einen schönen start in diesen dienstag und wir sehen uns heute abend im abend update